Hallo liebe Leserfreunde, heute habe ich mal einen kleinen Test für euch und diesmal gar nicht mit so viel Misserfolg. Ich habe Glas graviert. Ich habe mich für den Test mit meinen Schalkmarker, der Sprühfolie und Acrylfarbe auf Wasserbasis gewappnet. Da ich noch jede Menge alter Rahmen habe, konnte ich ruhig ein paar Scheiben für den Test entwenden. Um es mal ein wenig hübscher zu gestalten, habe ich mir auf einer Pappe ein paar Bereiche eingeteilt, in denen ich die Farbe auftragen möchte. Um es auch schön genau zu machen, habe ich mir für den inneren Kreis eine Schablone zum Abdecken gebastelt. Damit die Aufträge auch schön haften, habe ich vor dem Auftrag die Scheibe gründlich von Fingertapsen und sonstigen Flecken gereinigt. Im Garten habe ich dann die Sprühfolie auf Glas aufgetragen, geschützt von meiner Schablone. Die Sprühfolie, das habe ich schon beim Edelstahl bemerkt, reagiert ziemlich stark auf Luftzufuhr. Und hier, wie man sieht, gab es sogar kleine Froschblasen von der doch noch ziemlichen Morgenkälte. Sollte man das Spray also mal für Felgen verwenden, dann nicht bei Sturm und nicht morgens bei Kälte. Leider ist mein Spray aber dann doch so schnell getrocknet, dass meine schöne gedachte Form beim Entfernen der Schablone einfach wegriss. Nicht schön, aber es reicht für meinen Test. In der linken oberen Hälfte nutze ich meine Acrylfarbe. Um meine Tests für jedermann zu machen, nutze ich einfache Mittel. Oben rechts nehme ich wieder meinen Schalkmarker, diesmal ein hübsches Rot. Der Deckauftrag lässt sich mit solchen Stiften schnell und einfach machen. Auf der Position meines rechten unteren Feldes streiche ich die Acrylfarbe nicht auf das Glas, sondern auf die Pappe. Den Bereich mit der Farbe für den unteren Test schneide ich mir mit der Schere aus, damit ich ihn im Laserbereich unter das Glas legen kann. Über den fünften Auftrag reden wir lieber nicht. Ich denke das war mehr für CO2 Laser. Im Arbeitsbereich lege ich die Glasscheibe direkt auf mein Gitter. Es ist mit Magneten erhöht und auf dem Boden des Enclosers liegt die beigelegte Schutzplatte. So ist genug für Unterlüftung gesorgt. Ich starte den Auftrag des Lasers mit einem kleinen Parameter-Test. Angefangen in der Mitte mit der Sprühfolie. Auch wenn sie recht einfach aufzutragen ist, bin ich nicht ganz so ein Fan davon. Ich habe den Laserkopf manuell positioniert und starte von der aktuellen Position, Ausgangsposition Mitte. Damit es nicht langweilig wird, habe ich mir diesmal einen neuen Test für die Parameter einfallen lassen. Er ist etwas kleiner und nimmt damit weniger Platz in Anspruch als die Aufreihung von jeder Menge Rechtecken. Und da, wie ich finde, der Vorteil darin besteht, dass die Abstufungen dichter zueinander liegen, lassen sie sich leichter vergleichen. Die Parameter dafür habe ich frei in mittlerer Höhe angesetzt. Da Glas springen kann, bin ich etwas vorsichtiger rangegangen und habe den Auftrag komplett überwachen und aufnehmen lassen. Damit ich bei eventuellen Problemen genau sehen kann, an welcher Stelle es passiert ist. Der Auftrag ist fertig und das Glas scheint die Einstellung gut leiden zu können. Es ist noch heil. Der Abtrag der Sprühfolie ist gut zu erkennen, wenn auch die Froschblasen des Sprays deutliche Spuren hinterlassen haben. Ich bin gespannt, wie sich dieses im Ergebnis auswirkt. Um den Test nicht unnötig durchlaufen zu lassen, habe ich mit meiner Pinzette die Oberfläche abgetastet, um zu sehen, ob die Oberfläche angeraut ist. Zufrieden gestellt, erneuere ich den Auftrag des Lasers unten rechts mit der bemalten Pappunterlage. Der Laserstrahl dringt bei diesem Test von oben durch das Glas und trifft erst auf der Rückseite auf das Papier. So wird sich die Gravur später auf der Rückseite befinden. Aber da es sich hier nur um einen Parametertest handelt, ist mir die Ausrichtung nicht wichtig. Möchte man das Glas später umdrehen, muss hier, was ich fast immer vergesse, das Motiv vorher gespiegelt werden. Soll die Gravur von hinten, zum Beispiel aus Gründen eines Schutzes sein, dann bleibt die Ausrichtung wie erhalten. Durch das Glas kann man die Form der Gravur erkennen. Es scheint, dass der Auftrag sehr unsauber ist. Er ist fleckig und nur im Bereich von 80% Leistung wird es etwas besser. Ich bin gespannt, ob es überhaupt zu einer Gravur kommt, wie deutlich sie ist und ob er nur die Pappe weggebrannt hat. Meinen nächsten Gravurstart mache ich rechts oben auf dem Schalkmarker. Der Gravurabtrag, wie auch beim Acryl, ist sehr sauber und gleichmäßig. Die vierte Gravur ist auf der aufgetragenen Acrylfarbe. Der Vorteil von Acrylfarbe auf Wasserbasis, sie trocknet nicht gummiartig aus und lässt sich relativ gut scharfkantig gravieren. Im Test von normaler Acrylfarbe hat sich das als weitaus schwieriger dargestellt. Die Kanten beim Abtrag brachen und zogen sich ähnlich wie bei der Sprühfolie in der Mitte zusammen. Und auf der Scheibe gaben sie beim schnellen Austrocknen ein Krakelie-Effekt. Der Auftrag ist fertig und das Ergebnis vom Acrylfarbbereich wirkt fleckig, schmierig und unsauber. Auch wenn, wie gerade erwähnt, scharfe Kanten zu erahnen sind. Die Gravurflächen der einzelnen Tests sind blind und die Parameterabstufungen sind trotz der starken Blasenentwicklung beim Spraytest in der Mitte am deutlichsten zu erkennen. Die Farben sind wasserlöslich und so kann ich sie im Waschbecken unter fließendem Wasser abspülen. Das Folienspray muss ich direkt abziehen. Das Ergebnis ist für mich ziemlich überraschend. Beim Acryl ist die Gravur im Bereich von 10% Leistung so abgeschwächt, dass erst bei einer Geschwindigkeit von 600 mm pro Minute das Feld sichtbar wird. Die Foliengravur hat wie erwartet Flecke von meinem schlechten Sprühergebnis. Ich denke aber sie ist aussagekräftig genug. Hier ist der Bereich von 10% so gut wie nicht sichtbar. Auch bei 900 bis 1200 mm pro Minute mit 20% ist die Gravur recht schwach. Die Chalkmarker Gravur hebt sich von den anderen ab. Sie ist sehr sauber und gleichmäßig. Die Gravur ist eher weich und flächig milchig, während die anderen innerhalb der Gravur riffelig sind. Der Leistungsbereich von 10% ist gut sichtbar. Leider sind hier aber bei dieser Gravur ein paar Glasstellen aufgeplatzt. Die anderen Gravuren weisen das aber nicht auf. Überraschend finde ich das Ergebnis mit der untergelegten Pappe. Eine kräftige, saubere und flächige Gravur. Meinen Parametertest habe ich von innen nach außen aufgebaut. Von 10 bis 80% Leistung und jeweils einen Viertelkreis mit der Geschwindigkeit von 600 bis 1200 mm pro Minute. Beim Ablegen auf mein Papier sieht man die Gravur als Schatten. Die Abstufungen lassen sich durch die Verstärkung noch besser erkennen. Die fehlenden Zahlen rundherum liegen dann doch an meinem unsauberen Kreis in der Mitte. Und ich dachte eigentlich, heute mache ich das mal etwas schöner für euch. Durch die Riffelung bricht sich hier schön das Licht und überall blinkt und glitzert es. In dieser Perspektive wird das eigentliche weiß der Gravur etwas deutlicher in der Aufnahme. Ein sehr auffälliger Punkt, den ich aber leider nicht einfangen konnte mit der Kamera. Die Gravur mit Folienspray hat einen leicht blau-grünen Schimmer. Für mich spricht das von der Chemie im Spray. Alle Gravuren bieten für mich ein überraschend gutes Ergebnis. Für welchen Parameter ich mich diesmal entschieden habe, zeige ich euch nach meiner finalen Gravur. Hier noch ein Blick auf die Pappe unter der Gravur. Bei den Leistungsstärken und durch die Glasstärke ist das Material nur oberflächlich angekratzt worden. Gerade so viel, dass es die Farbe wieder abgetragen hat und das Original-Weiß der Pappe, wenn auch stark verschmutzt, wieder zum Vorschein kommt. Die Rückseite ist im Bereich 1200 mm pro Minute fast unbeschadet. Meine Gravur. Ich habe mich für eine Unterlage aus Pappe entschieden. Ein simpler schwarzer Bogen Fotokarton 300 Gramm. Für mich eine der besten Gravuren, die mein Test hervorgeholt hat. Der sauberste Nicht-Auftrag. Die Scheibe muss nicht weiter von Farbe befreit werden und im Laserbereich ist das Glas von unten sogar noch ein wenig vor unachtsamen Kratzern auf dem Laserbereich geschützt. Ich lege die Pappe zusammen mit dem Glas in den Laserbereich und richte mir den Laser mit der Feuerfunktion aus. Wer nicht weiß, wo er diese findet, kann sich gerne das Video dazu noch mal anschauen, über den Link hier oben. Ich starte den Auftrag auf einer Glasscheibe 23 x 23 cm aus einem Bilderrahmen. Für die Gravur habe ich diesmal eine nette kleine Kuh gewählt. Eine private Aufnahme einer Wuschelkuh, die einsam am Strand stand. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Kuh ist fertig. Man kann sie schon durch das Glas erkennen. Nachdem ich also das Glas hochnehme, sehe ich, die Kuh steht noch immer da. Ein tadelloser Kohledruck auf meiner Pappe. Ich bin begeistert. Selbst von Nahem eine super Strichumsetzung. Aber es ging ja eigentlich um das Glas, welches von hinten, wie durch das Pappergebnis zu erwarten, extrem verrust war. Mit etwas Isopropanol lässt sich das Glas schnell davon befreien. Sicher wäre es auch mit Wasser gegangen, aber dieses war gerade griffbereit. Das Ergebnis ist faszinierend. Mein Kuhglas glitzert und der Laser hat den Auftrag genau so erfüllt, wie erwartet. Gut, das Motiv ist nicht besonders aussagekräftig und ich habe jetzt auch nicht so viel Arbeit reingesteckt, sie vorab sauber auszuschneiden, aber wie sage ich immer, es ist ja auch kein Schönheitswettbewerb. Glas lässt sich scheinbar recht einfach gravieren. Mit allen Farbaufträgen waren die Ergebnisse super. Die Leistungsstufen haben sich nur schwach voneinander abgehoben und so lassen sich auch mit geringer Leistung und höheren Geschwindigkeiten tolle Ergebnisse erzielen. Beim Schaltmarker hat mich neben dem super Gravurbild das Abplatzen des Glases etwas enttäuscht. Das Sprayergebnis war prima, aber der Kostenfaktor plus ein Chemieauftrag mit Froschblasen gefällt mir daran nicht. Bei allen Gravuren sollte man auf Miniatursplitte aufpassen, der Geruch hielt sich in Grenzen. Aber am meisten hat mich das Ergebnis des Kohleabdrucks auf der Pappe begeistert. Leider riecht es ziemlich intensiv, so ist glaube ich keine weitere Verwendung mehr möglich, aber vielleicht lüftet sie ja noch aus. Meine Einstellung in Lightburn. Die Q habe ich in einem Grafikprogramm grob ausgeschnitten und inventiert und in Lightburn eingefügt. Ich habe das Bild aktiviert und über den Menüpunkt Werkzeuge den Punkt Adjust Image ausgewählt. Ist dieser inaktiv, hat man vergessen das Bild vorab zu aktivieren. Ich wähle im Image-Mode Jarvis. Erhöhe den Zeilenabstand. Damit senke ich die DPI. Das sind die Dots per Inch. Und gebe dem Bild noch etwas Kontrast. Über den Punkt Negativ-Bild könnte man das Bild auch hier inventieren. Die Änderung der DPI löst das Bild auf. Dieses kann auch für Bildverbesserungen sorgen, aber vor allem sinkt es die Auftragszeit. Meine gewählten Parameter. 1200 mm pro Minute. 80 % Leistung. 195 dpi. Mit dem Bildmodus Jarvis. Und einem Durchgang. Mein Parameter-Test. Für meinen neuen Parameter-Test habe ich den Kreis in 4 Segmente geteilt mit einer Geschwindigkeit von 600, 750, 900 und 1200 mm pro Minute. Die Leistungen sind von innen nach außen aufsteigend und in den Formeigenschaften in der Leistungsskala in die jeweiligen Leistungsstufen eingetragen. Beginnend mit 10 %, 20, 30, 40, 50, 60, 70 und für mich maximal 80 %. Ihr habt sicher wieder viele eigene und bessere Ideen für Motive und ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Das nächste Mal gibt es wieder etwas Technisches, ein kleiner Umbau. Wenn ihr Lust darauf habt, würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis bald, ich freue mich, dicke Trägenküsschen.